Den Raum verbarrikadieren. Wir müssen den Bio-Gefahrgut-Behälter schützen. Mein ist jetzt hier bunt. Wer ist drin? Seine Mutter. Das hier ist bunt. Das Level ist bunt. Der Raum ist bunt. Also die Farbe hier ist bei mir extrem kräftig. Das ist ziemlich bunt, die A. Gehen wir nach unten. Die Drohne der Gegner hat den Bio-Gefahrgut-Behälter lokalisiert. Ich verstärke die Wand! Ich habe gerade den Empfänger kaputt gemacht. Loil! Was war denn das? Ein AV1 oder was? Hast du das gerade gesehen, Addis? Ne, ne? Ne, Achtung! Der hat eine Tür runtergezogen und das hat er hier mitten im Raum gemacht. Voll der Fehler gewesen. Sauer bin's. Erstmal Cap'n, die Drohne geklötet. Ich wurde entdeckt. Ich wurde entdeckt. Ich wurde entdeckt. Hier ist ein Seil, Jungs. Aufgeflogen. 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 Ich habe sie erledigt. Super. Super. Okay, es gibt noch eine. Ich wurde immer noch gelegt. Da war ein 2 drum. Da war ein 2 drum. Also hier in dem Raum. Ja, Benz. Das ist noch einer, oder? So.